Servus und Willkommen, liebe Leute zu Let's Show RimWorld. Das ist ein Spiel, was sich darum dreht, eine Kolonie zu gründen auf einem neuen Planeten. Und das erste Mal hat die Aufnahme leider nicht so funktioniert, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber jetzt steigen wir direkt einfach mal ein und gucken mal. Der Krach von Sirenen und bestanderem Metall. Haltet durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapsel zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten, am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. So, das sind unsere Landekapselen, meine Freunde. Ich will kurz auf Pause drücken. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass es eine Aufbausimulation ist. Es ist ein Koloniesimulator, wie es so schön gesagt wurde, wurde von Tyrant Sylvester programmiert und dessen Firma Ludian Interactive, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall verlinken hier und dann könnt ihr selber gucken. Ich wollte einfach mal gucken, es ist mittlerweile die Alpha 13, glaube ich, raus und habe halt eine E-Mail bekommen, ja, sie können jetzt hier Rimboldt wieder runterladen, neue geupdatet worden und so weiter. Es hat eine Zeit gedauert, muss ich dazu sagen. Also es ist ein Langzeitprojekt, aber ich will mal gucken, was sich bis jetzt so verändert hat hier bei uns und bei dem Spiel hier, bei dem Koloniesimulator 2000 und keine Ahnung was. Ja, und dann steigen wir direkt mal ein und gucken, was wir so machen können. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Wir sollen eine neue Kolonie gründen, unser Raumschiff ist wohl irgendwie abgestürzt oder so. Und jetzt sind wir hier auf einem unbekannten Planeten und dürfen erstmal schauen, was jetzt hier so abgeht. So, wir lassen die Zeit aber weiterlaufen. Wir können die Leute auswählen. Ich weiß, oh, da kotzt einer. Upsi. Ist halt so gerade die... Okay, was, wie, was, wo... Ach so. Okay, 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 warte. Boah, das ist so ewig her, ne. Kein Plan, was ich tun muss, was ich machen, wo soll und was, wie, wo und keine Ahnung. Zuweisung. Du bist ein... Was soll das ein Nudist, bitte? Ein Worker? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, Leute, das wird etwas schwieriger als gedacht. Kategorisierte... Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir hier... Aha, okay. Das sieht gut aus. Abbau. Ach, okay, okay, loll. Ähm. Ja. Du? Ah, okay. Oh Gott, das wird aber... What the fuck, Alter, das ist... Ich habe es so lange nicht mehr gespielt, Leute. Das tut mir leid. Ich habe null Plan, was hier... Läuft gerade. Architekt Befehle. Du kannst ein zahmes Tierspiel im Reiten trainieren. Ja, soweit sind wir noch gar nicht, Alter. Äh, Holz hacken. Das sieht heute schon mal gut aus. Ähm. Erstmal... Holz hacken. Juhu. Und... Ähm. Schlachten, jagen. Was ist denn das hier? Abbau? Nee. Oh Gott, Leute, ich werde so sterben, glaube ich. Wo sind wir aber? Ach, hier sind wir abgestürzt. Okay. So. Bist du ein Bauarbeiter, oder was bist du? Ähm. Okay. Wie gesagt, Leute, ich habe null Plan, was hier Sache ist. Äh, deswegen... Verurteilt mich nicht. Das Spiel ist... An sich... Oh, das ist natürlich klasse. So. Ein Gebiet, eine Zone, eine Lagerzone. Hört sich doch mal schon mal nach dem Plan an. Ist so eine... Erinnert mich so ein bisschen an... Ähm... Ich weiß nicht, wenn ihr es kennt. Ähm... Wieso macht ihr nix? Hä? Boah, Leute, ich... Ähm... Ah, okay. Ja. Mhm. Interessant. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tue, aber... Äh... Ja. Egal. Äh... Okay. 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 Lass mal gucken hier. Wie gesagt, I don't know. I don't know. Ist halt etwas... Nein, lass, geh weg. Nix neues Outfit löschen. Outfit well. Anything. Okay. Okay. Ähm... Boah, das ist natürlich... Wow. Ähm... Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Lagerraum jetzt. Mhh... Lagerzone. Viel mehr. Der Typ baut da ab. Ja, okay. Und dann halt, mach halt mal, ne? Das, äh... Machen wir erstmal ein 5x5. Breites Feld. Ähm... Wow, das ist so... Puh... Okay. Machen wir erstmal hier, ist das Lager... Der Lagerraum. So. Lagerraum. Okay. Ähm... Wir müssen uns angucken, was genau wir hier tun müssen. Weil ich hab null Plan. Ehrlich nicht. Ich bin grad... Öh... Keine Dacharbeiteranbautzone ab... Fall abreißen. Heimgebiet erweitern. Hört genau ein Plan an, ne? So. Die Abfallzone. Machen wir... Äh... Jetzt erstmal einfach hier so. Da. Gibt's hier auch. Warte mal. Ich halte die Sichtbarkeit der Zonen ein und aus. Okay. Wieso sieht man das denn nicht hier? Ich weiß es leider gerade... Irgendwie... Ähm... Wie gesagt, es ist ne Alpha, ne? Leute, also erwartet ihr nicht zu viel. Ähm... Raumschiff... Raumschiff... Möbel... Schlafplatz... Okay... Wir müssen mal gucken hier. Die Zuweisung... Für ihn ist auch anything. Da muss ich mich mal ein bisschen... Äh... Rein... Fuchsen, sag ich jetzt mal. Ähm... Wir können ja erstmal... Äh... Hier so einen kleinen Raum machen... Der dann für uns... Ähm... Ist das Upgrade? Wie Upgrade? Boah, Leute. Ganz ehrlich, das ist ein... Ach, ja. Das ist so... Scheiße. Oh Gott, Leute. Das ist hart. Gegenstände, die unter freien Himmel langsam... Boah, wenn du es hindern möchtest, lagerst du stets unter einem Dach. What? Okay, das ist irgendwie krank. Das Spiel ist... Äh... Ja, warum auch immer da Upgrade steht. Ich hab null Plan gerade. Ich weiß echt nicht, was hier zu tun ist gerade. Das ist so... Oh, nee. Ähm... Wir wollen irgendwie ein Dach bauen... Oder... Oder... Stahlwand... Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich hab null Plan, wie was... Was wir überhaupt hier tun müssen, ne? Das war, glaub ich, irgendwie hier so... Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich einen Worker, ne? So, Worker, please. Wir lassen mal schnell laufen, ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Das Spiel ist... Ja, Leute. Ähm... Will ich euch mal zeigen. Das Spiel... Der ist... Like Prison Architect, irgendwie so ein bisschen. Allerdings... Naja... Bin ich etwas verwirrt? Baue einen Raum. Das ist doch nicht wahr, Leute. Was zum Himmels Willen ist hier... Kaputt. Ähm... Wir können sogar planen, aber... Strom... Boah, ganz ehrlich. Ich hab null Plan, was hier abgeht. Null Plan. Wirklich null Plan. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ganz ehrlich, ich... Ich hab null Plan. Das ist halt einfach schwer. Weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Das ist so... Naja... Ähm... Gut. Jetzt wollte ich euch das Spiel mal zeigen, weißt du? Und jetzt... Jetzt hab ich sowieso null Plan, was ich machen soll. Naja... Ähm... Ja... Sag ich jetzt mal nix zu, hm? So, könnt ihr hier mal bitte anfangen zu bauen, oder so? Oder... Wollt ihr da nicht... Hm-mm? Wollt ihr da nicht bauen? Ich hab doch keine Ahnung, was ich hier tue, verdammt. Äh, ähm... Ja, ähm, ne? Ich glaub, das... Das war nix. Das... 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 Mh... Wir machen mal eine neue... Neue Welt. Ähm... Und... Schauen dann mal, ne? Generiere die Welt. Yay. Okay. Wir... Probieren mal erst hier, ne? Leicht aus. Weil... Ist halt so. Ja, da wollte ich grad zu glänzen, weil es so... Ja, hier... Total super. Und dann, äh... Zufälliger Landeplatz, komm. Ist egal. Das ist auch erstmal egal. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Und das funktioniert nicht. Das ist krass.